Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, dieses Video ist total spontan, es ist einfach was richtig, richtig krasses passiert. Es wird auch wahrscheinlich nur kurz sein, aber es ist einfach was richtig, richtig krasses passiert. Und ja, ich denke, ich fange einfach mal von vorne an und erzähle euch die ganze kleine Geschichte. Und zwar geht es hier um mein vorletztes Video, mein 250 Abonnenten-Special. Erstmal hier, nice, dass ihr es geschafft habt, die 18 Likes zu knacken und wir sind jetzt sogar bei 23, also das ist echt krass. Muss man schon sagen, Grüße gehen raus an die Hashtag Schacht Army, das habt ihr echt nice gemacht. Und wer es noch nicht gesehen hat, kann es auch gerne nochmal oben anklicken in der Infokarte, habe ich es euch nochmal verlinkt. Und da könnt ihr es auch noch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gerne angucken. Ja, und ich dachte nur so, ja, ich scrolle mal so die Kommentare durch. Mal gucken, vielleicht gibt es neue Kommentare und so. So, scrolle hier ein bisschen durch und dachte mir dann so, was war das denn? Scroll hoch und bekomme einfach einen heftigen Puls, einen richtig heftigen Pulsschlag, als ich das gesehen habe. Oder einfach ein Account, hinter dem ein Häkchen war. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn hinter einem Account ein Häkchen ist, dann bedeutet es, dass dieser YouTuber über 100.000 Abonnenten hat. Also, mein Herz hat einfach geklopft. Ich dachte mir so, was, was ist das denn? Dann dachte ich mir aber, ja, vielleicht kann es doch nur irgendein kleines Kind gewesen sein, was es gehackt hat. Und dann am Ende vielleicht ein Abonnent hat oder so. Und ja, ich habe einfach mal hier drauf geklickt, auf den Kanal und dann kommt das. Danach gab es kein Halten mehr, muss ich sagen. Einfach, er hat einfach 300.000 Abonnenten und kommentiert einfach mich. Er hat einfach mal unter meinem Video kommentiert. Also, Grüße gehen raus hier an den lieben Spieletrend. Es ist einfach krass, was er gemacht hat. Also, vielleicht Spieletrend, falls du das Video siehst. Das war echt eine richtige Ehrenmann-Aktion von dir. Kuss geht raus. Ich werde dich jetzt auch sofort abonnieren. Du bist einfach krass, muss ich sagen. Einfach krass. Und natürlich, ich habe dann hier natürlich auch gleich ein Herz gegeben. Hier ein Herz auf den Kommentar gegeben. Und hier auch gleich geschrieben, oh, was machst du denn hier? Weil, es ist einfach krass. Einfach, ich selbst habe 253 Abonnenten und er hat hier einfach, zack, bam, einfach 300.000. Also, 298.000. Also, fast 300.000 Abonnenten. Das ist einfach krass. Einfach krass. Ja, lieber Spieletrend, falls du es hier siehst, kannst du dir vielleicht es dir nochmal anschauen oder so. Ja, und dann würde ich einfach sagen, danke, dass ihr dieses kurze Video nochmal angeschaut habt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.